Herzlich und schmerzlich willkommen meine sehr verehrten Freunde der gepflegten Minenarbeit. Wir spielen Prehistoric Kingdom und es wird wieder sehr schön, denn wir bauen ein Gehege für die schreckliche Hand. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde. Ich bin der Vorbudler vom Minenarbeit YouTube-Kanal und minenarbeit.de und das ist die schreckliche Hand im wahrsten Sinne des Wortes. Wer damit eine gescheuert bekommt, der hat auch, glaube ich, keine Probleme mehr. Ihr seht auch den kleinen Größenvergleich hier immer, das ist sehr interessant gemacht. Zweieinhalb Meter sind die Vorderarme des Deinoceros lang. Ich spreche das jetzt einfach mal so aus, wie ich es ausspreche. Ich habe auch schon Deinoceros gehört oder wie Google meint. Dein Ocheiros. Sehr interessantes Tier, der Deinoceros, nehmen wir ihn einfach so. Ein Tier aus der Oberkreidezeit. Man hat es in der Mongolei gefunden. Er ist ein asiatisches Tier. In der Wüste Grubi, um genau zu sein. Und zwar schon in den 60er Jahren. Man konnte aber jetzt erst vor wenigen Jahren genaue Rückschlüsse daraus ziehen, wie er denn wirklich ausgesehen hat. Zum Beispiel mit seinem Federkleid. Und es ist auch interessant, dass die Entwickler sich hier im Spiel dafür entschieden haben, ihm so einen Bucke zu geben. Oder so einen Dromedar-Höcker. Denn das ist nicht ganz klar. Es könnte auch so ein kleines Segel sein, ähnlich wie beim Spinosaurus. Aber ich finde, er sieht wirklich sehr schön aus. Deinoceros wird wahrscheinlich recht friedlich gewesen sein. Auch wenn er kampfstark war mit diesen Vorderarmen. Das ist klar. Ansonsten hat man in seinem Magen Fischknochen gefunden. Er wird also Fisch gefressen haben, Pflanzen ebenfalls. Und ja, vielleicht auch ein bisschen Aas, kleinere Tiere, wenn er Hunger hatte. Aber er hatte auch einen ernstzunehmenden Zeitgenoss. Nämlich keinen geringeren als den Tarbosaurus. Das ist praktisch die asiatische Form des T-Rex. Und von diesem hat man eben Bissspuren in den Knochen von Deinoceros gefunden. Sie werden sich häufiger mal begegnet sein. Das war dann sicher nicht immer sehr friedlich und liebevoll. Und damit habe ich euch das Tier erstmal vorgestellt. Das gehört bei mir so ein bisschen dazu, dass wir das hier nicht einfach nur auf Ex und Hop machen. Und ja, wir werden den sicher auch heute noch freilassen. Und zwar hier gleich in einem neuen Gehege neben dem Feriendorf im Dinosumpf. Das wir ja in der letzten Folge erst gebaut haben. Und ein Grund, warum ich mich für den Deinoceros entschieden habe, ist einfach, dass der mit dem Sumpf klarkommt. Und ich ihn auch für relativ friedlich halte, wenn man ihn auf Abstand hält. Ja, und ich hatte ja vor, hier im Sumpfdorf richtig nah an die Dinosaurier ranzukommen. Deswegen habe ich mir das hier einfallen lassen. Und ich hoffe mal sehr, dass das funktioniert. Es ist wieder so eine Möglichkeit, Zäune zu verstecken. Ihr wisst, ich suche immer nach Möglichkeiten, wie wir die Zäune irgendwie verstecken können. Denn das Erste ist natürlich, was uns in den Sinn kommt, dass wir die unsichtbare Barriere verwenden. Das habe ich hier gemacht. Da baut man sich dann ein entsprechendes Gelände ringsherum. Ich klicke den Zaun mal kurz an, damit ihr das ganze Gehege seht. Und dieser ganze obere Bereich, der ist jetzt abgegrenzt. Ja, relativ weit oben, wo auf gar keinen Fall irgendein Tier hinkommt. Und ich hoffe jetzt mal, dass der nicht da hochläuft. Glaube ich jetzt eher nicht. Ja, aber ja, wenn dieser unsichtbare Zaun weiter hier unten verlaufen würde, direkt an der Grenze zu dem Hügel, könnte es sein, dass die Tiere ab und zu mal da einen Schritt drüber machen. Und ja, auch wenn sie dann nicht abhauen können, aber das Spiel dann ständig Fehlermeldungen rauswirft. Das habe ich nämlich bei Planet Zoo schon erlebt, ganz viel. Und seitdem gucke ich halt wirklich, dass ich die Zäune, die unsichtbaren Zäune, wirklich auf Abstand halte. Und sehr großzügig hier ins Gelände setze. Also das ist die Methode, wie man mit den unsichtbaren Zäunen umgeht. Aber hier wollte ich eben so eine relativ offene Wasserfläche haben, wo auf der anderen Seite so Dinosaurier rumrennen. Und trotzdem brauchen wir ja einen Zaun. Und ich glaube mal, ein unsichtbarer Zaun wäre jetzt hier nicht geeignet. Da würden die Tiere eventuell durchwarten. Jetzt noch nicht, da sie, glaube ich, noch nicht schwimmen können. Aber irgendwann, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, werden die Dinos hier im Prehistoric Kingdom auch schwimmen können. Und ja, dann wäre eine unsichtbare Barriere hier natürlich fehl am Platze. Also habe ich einen ganz normalen Zaun in der passenden Stärke genommen. Vierer Höhe, vier Meter hoch muss er sein. Und dann habe ich hier in dem Fluss oder in dem See einen Graben gebuddelt, der vier Meter tief ist. Und den Zaun hier so reingesetzt. Und ich hoffe mal sehr, dass es funktioniert. Hier am Rand kommt er natürlich allmählich raus aus dem Wasser. Das habe ich versucht, relativ sanft zu machen, diesen Übergang. Und die Ecken, die verstecken wir dann hinter so Felsen. Ja, das gefällt mir so ganz gut. Da kann man ewig und drei Tage noch dran rumschrauben. Aber das ist so eine Methode, die, ja, finde ich, noch ganz gut aussieht und wahrscheinlich auch funktionieren wird. Was wäre denn ein Dinosaurierpark überhaupt wert, wenn die Besucher dort nicht auch die Dinosaurier sehen könnten? Also brauchen wir mal wieder eine Besucherterrasse. Immer wieder eine neue entworfen hier im modernen Betonlook. Einfach eine Plattform auf vier Meter Höhe, dass man praktisch über die Zäune gucken kann. Und das setzen wir hier mal vor. Mal gucken, dass es schön passt. Den Zaun werden wir dann gleich noch ein bisschen anpassen. Und so ist das schon mal eine ganz gute Stelle. Dann reiße ich mal ein Stück Zaun noch ab. Das sind immer interessante Dinge, die man üben muss. Ich glaube, bis hier hin und da. Ja, das kriegen wir schon hin. Machen wir hier mal ein Stück. Jetzt zeige ich euch auch mal direkt, welchen ich genau genommen habe. Das ist dieser moderne Holzzaun, vier Meter hoch. Den setzen wir jetzt hier schön gerade vor. Man kann natürlich auch das Gebäude so gestalten. Ein bisschen weiter weg muss das schon sein. Man kann auch das Gebäude natürlich so gestalten, dass hier diese Rückwand praktisch auch Zaun sein könnte oder Begrenzung. Da würde man da auch wieder unsichtbaren Zaun einfügen. Aber ich habe mich jetzt einfach für diese simple Methode entschieden. Und dann gehen wir hier mal ran. Und dann nehmen wir hier nochmal den Zipfel und fügen den da hinten an. Und so sieht das schon sehr schön gerade und sauber aus. Was noch nicht so schön sauber ist, das sind hier unten die Böden. Also müssen wir erstmal wieder die Textur entfernen. Nehmen wir hier einfach irgendwie was anderes und übermalen das. Kann an den Rändern ruhig etwas ausgelatscht aussehen. So, dann ist das hier noch nicht so komplett an den Weg angeschlossen. Das können wir auch einfach machen. Nehmen wir mal in die Gruppe rein, kopieren. Hier noch so ein Teil raus und fügen das hier noch an. Könnte man auch hier vorne noch den Streifen, sehe ich gerade, vervollständigen. Oh, da glitscht es aber unheimlich durch. Oder ist das jetzt nur in dem Baumodus? Es ist glücklicherweise nur in dem Baumodus. Okay. Ich sehe auch, im Grunde ist es gar nicht so schlecht. Hier würde sogar noch eine Toilette zum Beispiel hinpassen. Also auch nochmal eine Möglichkeit, verschiedene Gebäude hier oder auch so Shops vielleicht unterzubringen. Naja, das wird ein bisschen knapp. Aber Automaten würde da noch hinpassen. Da könnte man also auch nochmal einen kleinen Raum schaffen, wo sich die Gäste etwas zurückziehen können. Mal ein bisschen in den Schatten kommen. Also man bekommt schon jede Menge Ideen, wenn man sich in dem Spiel etwas auffällt. Ja, und das ist auch eine Idee von mir gewesen. Die Solarzellen auf dem Dach. Mit Vorsicht zu genießen, was ich hier gemacht habe. Ich glaube, das funktioniert noch ganz gut. Aber ja, wie kriegen wir die so klein? Das ist ja ein Objekt, ein fertiges Objekt und lässt sich eigentlich nicht in der Größe verändern. So, ich bin mal hier auf die grüne Wiese gegangen, um euch das genauer zu zeigen. Das ist also eine normale Solarzelle. Und das ist jetzt so, dass wir die nicht in der Größe verändern können. Wenn wir hier die Griffe einschalten, dann haben wir nur Bewegen und Rotieren, aber kein Transformieren oder Skalieren, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Selbst wenn wir dieses Objekt jetzt hier als Gruppe öffnen und da wieder unsere Griffe aktivieren, dann haben wir immer noch diese beiden. Also wir kriegen das eigentlich gar nicht kleiner. Wie kann man das jetzt machen, dass ich die so klein hinbekommen habe und flach? Das ist relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ihr nehmt einen normalen Fußboden, zum Beispiel hier so eine Platte, das ist ganz egal. Und da drauf stellt ihr jetzt eine Solarzelle, sodass die beiden in einer Gruppe sind. Und jetzt drückt ihr die Steuertaste und A und dann sind alle Objekte in dieser Gruppe aktiviert oder markiert. Und da da jetzt ein normales Bauteil drin ist, haben wir jetzt auch den Transformieren-Griff zur Verfügung. Und dann könnt ihr natürlich insgesamt erstmal kleiner machen wie immer oder, was ich gemacht habe, auch so flach machen. Das sieht nämlich auch cool aus. Dann sehen diese kleinen Kästen eher aus wie irgendwelche elektronischen Boxen. Das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich habe es mal ausprobiert. Ich fand es recht schick. Sieht gut aus. Und diese normalen Solarzellen sind mir im Grunde etwas zu klobig für jeden Verwendungszweck. Ja, das gleiche Prinzip lässt sich theoretisch zumindest auch bei den Windkraftwerken anwenden. Davon rate ich euch allerdings ab, denn ja, ich habe es versucht. Ich habe mal so acht nebeneinander gestellt und ganz doll verkleinert, dass sie nur noch so groß wie eine Fliese waren. Es kamen dann doch zu starken Legs. Das hat wahrscheinlich mit den Animationen hier, der Dreh-Animation zu tun. Und dass das alles dann plötzlich auf so einem kleinen Spot vereint ist. Und ja, dann kommt es eben zu Legs und das wollen wir ja alle nicht. Kommen wir jetzt wieder zurück zur schrecklichen Hand, dem Dinocherus. So heißt er eben übersetzt, die schreckliche Hand. Und warum nur? Gut, wir setzen jetzt schon mal die Futterplattform rein. Erstmal so ganz auf die primitive A2-Stück. Denn er ist hier im Spiel gekennzeichnet als Pflanzenfresser und Fischfresser. Das heißt, eine Plattform werde ich jetzt in Fischfutter umändern. Und zwar, ja, seht ihr, dass da leider überhaupt nichts passiert. Ich habe jetzt hier auf Fisch geschaltet. Aber es tut sich nichts. Wir probieren das ruhig nochmal hier über der anderen Plattform aus. So sind wir uns ganz sicher. Können wir auch hier so rum machen. Und dann gehen wir mal hier auf Fisch und es ändert sich überhaupt nichts. Fisch, Früchte, Fleisch. Egal, was wir auswählen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich gerade im Pausenmodus bin. Den habe ich jetzt gerade mal wieder rausgenommen. Schalten wir nochmal um. Es tut sich leider immer erst was, nachdem ich den Spielstand neu geladen habe. Also ich habe mal kurz gespeichert, gehe jetzt ins Main-Menü zurück und lade den gleichen Spielstand erneut. Und zurück im Spiel sehen wir, dass sich das jetzt hier geändert hat. Da liegen jetzt wunderbare, leckere Fische. Was ist denn das? Lachs und sonst was. Mh, Makrelen, Forellen, alles was geht. Also ich muss auch einfach sagen, dass seit dem kleinen Update 1 bei mir die Futterplattformen überhaupt nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber die sollten sich eigentlich jetzt immer lehren. Das tun sie nicht. Ja, und die Tiere scheinen dort auch nicht hinzugehen, um zu fressen. Das war vor dem kleinen Update 1 durchaus gegeben. Also da konnte man auch wunderbar alles umschalten. Das hat sofort geklappt. Ist halt immer schade, wenn mit einem Update praktisch auch neue Bugs hinzukommen, die dann auch mit den Hotfixes leider nicht behoben werden. Aber von den Bugs und den vielen sonstigen Problemen hier mit dem Spiel, davon habe ich schon gesprochen, ausführlich. Und das müssen wir auch nicht jedes Mal tun, um Gottes Willen. Nein, lasst uns lieber unseren Spaß haben. Und lasst uns vor allem unseren Tieren jetzt mal eine Unterkunft bauen. Und das mache ich jetzt auch etwas anders als sonst. Ich baue jetzt mal ausnahmsweise keinen Stall selber, sondern nehme eine fertige Stallung hier aus dem Spiel, ein Prefab. Ganz einfach, weil ich ausprobieren möchte, ob es dann irgendwie besser funktioniert. Ich habe nämlich bei den Tieren in den Tiermenüs immer die Anzeige von wegen Stallung und Unterkunft. Aber meine eigenen werden nie angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass diese Funktion einfach noch nicht im Spiel ist. Oder ob es an mir liegt, dass ich die Stallungen falsch baue. Deswegen nehme ich jetzt mal hier so eine fertige aus dem Spiel. Einfach mal, damit wir mehr ausprobieren. Und jetzt fehlen uns hier im Grunde nur noch ein paar Pflanzen. Und da knüpfe ich mir erstmal die Uferlinie vor, hier mit den ganzen Rohrkolben. Das haben wir hier auch schon drüben im Feriendorf gemacht. Also landschaftlich sollte das wirklich ziemlich gleich aussehen wie auf der anderen Seite. Aber das müssen wir jetzt auch nicht überall machen. Ich hatte nämlich auch noch die Idee eines Bambuswaldes. Wir haben hier auch irgendwo Bambus. Ja, da habe ich Bambus gefunden. Sieht auch sehr schön aus. Das ist hier im Temperate-Bereich. Ist auch richtig für den Dinocheros. Der kann Wetland und auch Temperate-Biome vertragen. So, hier kommt jetzt aber noch ein schöner Streifen Bäume hin. Immer auch gemischt mit irgendwelchen Büschen. So, und ich hoffe mal, ich habe nicht schon wieder zu viele Pflanzen ins Gehege gesetzt. Das passiert mir nämlich schnell mal. Aber wenn wir jetzt mal schauen, das ist doch ganz cool, der Blick hier aus der, oder von der Besucherterrasse runter. Da kann man sogar da hinten noch ganz leicht den Stall sehen. Aber ja, die Tiere wollen sich ja auch mal wirklich zurückziehen. Und wenn wir dann gegenüber hier in dem Dorf sind und das wirklich so klappt mit dem Zaun, wie ich mir vorstelle, haben wir hier eine super Sicht. Das sieht toll aus, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das sieht toll aus. Ich muss mich jetzt mal wirklich ohne Hemmungen auch selber loben. Ihr dürft gerne natürlich auch euer Lob hinterlassen in den Kommentaren. Ihr wisst Bescheid. So, glücklicherweise können wir immer auf den Zaun klicken und dann sehen wir hier die Daten des Geheges. Und zwar ist es groß genug. Wir brauchen 16.000. Ich habe schon über 17.000. Wir haben die richtigen Biome gewählt. Auch die richtige Menge an Wasser und Wald, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann haben wir hier diesen Wert Housing, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also hier Shelter Space. Da wird mir nie was angezeigt. Auch jetzt nicht mit diesem Prefab-Stall. Also das scheint einfach noch nicht im Spiel zu sein. Bis wo wir jetzt mit leben. Was ich gerne mal vergesse, ist so das passende Spielzeug. Also legen wir hier auch nochmal einen Termitenhügel an und irgendwelches Spielzeug dazu. Und ganz wichtig ist immer hier das Dung Beetle Nest. Also die Stinkkäfer da, die Mistkäfer heißen die glaube ich. Nicht Stinkekäfer, Mistkäfer sind das. Davon brauchen wir immer eine ganze Menge Nester. Besser zu viel als zu wenig. Weil ja, das ist auch noch nicht so wirklich ausgereift. Ist ja die einzige Methode hier automatisch den Code zu entfernen. Sonst muss man immer mal auf den Zaun klicken und dann gibt es dafür einen Knopf, wo man das machen kann. Aber schöner ist natürlich, das läuft alles automatisch. So soll es ja im Grunde irgendwann auch mal sein. Ja, aber da würde ich jetzt mal wirklich richtig viele Mistkäfer, Nester anlegen. Schön verteilt überall, so sollte es reichen. Denn wir wollen jetzt sofort zwei schreckliche Hände hier freilassen. Da wir das länger nicht gemacht haben, zeige ich es nochmal. Da klicke ich auf die Brutstation, dann hier auf diesen Schalter. Dann haben wir hier rechts die Liste der ausgebrüteten Tiere. Die kann ich alle auswählen auf einmal. So, und gleich da drunter auf Release to Animals klicken. Dann habe ich sie auf der Maus, kann sie hintereinander so hier einsetzen. Mal ein bisschen entfernt voneinander. Das ist ein Männchen, ein Weibchen übrigens. Und natürlich starten wir jetzt auch wieder das Spiel. Das mache ich nur mal auf Pause, damit ich beim Bauen und Erklären hier meine Ruhe habe. Oh, wow. Oh, jetzt wird es schon spannend. Er geht schon Richtung Wasser. Denkt an meine Zaunkonstruktion. Ich glaube nicht, dass die da irgendwie rüberlaufen werden. Dafür sind die erstens noch zu dumm hier im Spiel. Können auch, wie gesagt, gar nicht schwimmen. Und außerdem ist es auch sehr tief. Wir sind vier Meter tief. Also denke ich nicht, dass wir da Probleme kriegen werden. So, es ist eine kleine Weile vergangen. Vielleicht klicken wir mal auf ihn hier. Schauen uns die Daten an. Das sieht ja noch ganz gut aus. Allerdings ist jetzt ja auch noch nicht viel zu tun. Wichtig ist, dass er halt das Fressen findet und auch seinen Durst löschen kann. Größe der Stallung ist schon mal ideal. Da passt er gut drunter her. Ja, er kann auch so ein bisschen gurgeln wie so ein Truthahn. Die gurgeln doch. Da gibt es doch ein richtiges Wort für. Was machen Truthähne? Nicht googeln, gurgeln. Ui, jo. So, trinken klappt schon mal. Sehr gut. Und, und, und. Ah, super, das klappt. Ja, wisst ihr, dann werde ich wahrscheinlich, ja, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich neue Tiere brauche. Hm, ich überlege gerade so ein bisschen vor mich hin, während ich die Tiere hier beobachte. Aber dass meine Plattformen nicht funktionieren seit dem kleinen Update 1, ja, das wird wahrscheinlich einfach daran liegen, dass da irgendwie alles neu registriert werden muss. Ich weiß es doch nicht, Kinders, ich werde mir auf jeden Fall alle meine Dinosaurier nochmal züchten, kostet ja nichts. Und die ganzen Futterstationen nochmal neu aufbauen. Also hier klappt es ja auf Anhieb. Nur die Umschalterei hat nicht geklappt. Das geht aber auch, wenn man den Spielstand neu lädt. Das ist sehr interessant, das alles herauszufinden. Jetzt ist aber sehr schön auch, sehr beruhigend, dass ich sehe, es funktioniert letztendlich noch mit dem Fressen und den Fressplattformen vor allem. Und ich bin auch wirklich ein großer Fan dieser Tiere hier, stelle ich gerade fest. Guckt mal, wie ihr hier den Kopf einrollt. Und wenn ich jetzt von meiner Hütte im Feriendorf aus da rüberschaue ins Gehege, das ist so ziemlich cool. Hier ist man so richtig nah dran an den Dinosauriern. Richtig nah dran sind wir jetzt auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Dann lasst es mich wissen. Bleibt ruhig noch auf dem Kanal. Guckt euch andere schöne Sachen an. Das ist genug für euch da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für heute. Bis dahin, Leute. Haut rein und Glück auf.